Speck Ops The Line Ja und somit herzlich willkommen Freunde Bei einem neuen Let's Play auf diesem Kanal Beliebige Taste drücken Das Spiel ist schon mal auf Deutsch eingestellt Das finde ich sehr 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 gut Gucken wir mal nach Online Aktivierung Ein bisschen heller können wir das machen Nicht zu hell Filter Retro Standard Kräftig Das sieht doch sehr nice aus Scheiße soll es nicht aussehen Steuerung lassen wir alles so Grafik können wir noch einstellen So dann geht es jetzt los Freunde mit einem neuen Let's Play auf diesem Kanal Wir spielen natürlich die Kampagne Koop leider nicht Koop wäre auch ganz cool Heute spielen wir die Kampagne von Speck Ops The Line Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr gute Unterhaltung Das wird ein sehr sehr fucking geiles Spiel Neues Spiel Kampfeinsatz Achso das ist der Schwierigkeitsgrad Machen wir mal hier das normale Kampfeinsatz Das andere ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu leicht Naja es geht los Ich werde den Keil nicht los Wurke Langsamer ruhig halten Hast du den Verstand verloren Ich trau dir Was ein Luftkampf Heftig Oh ne wir stürzen jetzt ab Ne ne Shit Sind wir das jetzt Okay wir können schießen Dann schießen wir mal Wow 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 Drunter mit dir Wir holen den vom Himmel Wir holen die Gegner vom Himmel Wir sind irgendwo in der Wüste Ich glaube sogar in Saudi Arabien oder sowas Oder Dubai Ich glaube sogar Dubai Könnte sein Können Dauerfeuer dort mal landen Ohne dass was passiert Das ist geil Das ist sehr geil Oh mein Gott Das war heftig Sehr nice So landen wir jetzt irgendwo Dubai müsste das sein Das müsste Dubai sein Aber hier ist ein extremer Sandsturm Über die Stadt befegt Na was ist jetzt mit dir los Was ist los mit mir So Ja ne ist klar Ich spiele übrigens mit dem Controller Ja Deswegen diese ruckligen Bewegung Na ist er denn platt jetzt mal Ja jetzt dahinter mal aus Nice Jetzt geht es Jetzt geht es aber runter Oder Meine Fresse Wie viele sind das Oh fuck Ich werde getroffen Ich werde getroffen Komm Geh platt Was halten die Ich mach mit Ey Ich schieße mit einer Minigarn drauf Und die Die sind immer noch hier Voll am chillen Das gibt es doch gar nicht Unfassbar Komm schon Flieg runter Stürz ab Nice Oh mein Gott Da durch Durchs Haus Kompletter Haus durch Oh mein fuck Gott Nein Komm bloß nicht näher Junge Komm bloß nicht Chillt Was war das denn Oh fuck Jetzt ist das Sandsturm wieder draußen Jetzt sehe ich nichts mehr Jetzt sehen wir nichts mehr Leute Ne So Früher 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 war es schön Sonnig Wie seht es Alles ruhig Ein wunderbares Leben Das man noch genossen hat Und nicht an irgendwelche Kriege Ist John Conrad Der beste Offizier Gegner gedacht hat Ich weiß nicht Damals in Kabul Hat er meinen leblosen Körper Einen Kilometer Zum Rettungshubschrauber Geschleppt Ich bin vielleicht voreingenommen Aber die Fakten lügen nicht Der Mann ist ein verdammter Held Damals die ersten Stürme in Dubai Habt ihr wahrscheinlich Heißt nur Die Stürme wurden schlimmer Immer schlimmer Die letzte Nachricht aus Dubai Besagte Conrad führe einen Tross Überlebende aus der Stadt Das war vor sechs Monaten Dann Vor zwei Wochen Fingen wir diesen Funkspruch auf Hier spricht Colonel John Conrad Der Versuch einer Evakuierung Du weißt War ein kompletter Vielschlag Spec Ops The Line Verluste Zu viele So da sind wir im Schneesturm Environment Art Arterset Creation Gameplay Programming Lightning Artist User Interface Gameplay Programming Technical Art Associated Producers Platform Programming Und ich glaube irgendwie Kommt viel zu oft Plattform Programming Egal Hören wir mal was die sagen So Und da wären wir bei Spec Ops The Line Füße Überall Sand Special Guest Riddick What So Da wären wir Niemands Land Das heißt wir sollten nicht hier sein Können wir irgendwas Vorschrift Okay Oh Ups Okay mit A sprinten wir Entdeckung gehen Achso wir müssen nicht gedrückt halten So Darüber können wir so springen Zielen, Zielen, Zielen Ich vermute mal hier sind Gegner Hier laden wir nach Beziehungsweise mit X Lugo ist der Typ Wer ist der Typ Adams Okay Weg nach unten Gehen wir mal hier her Ist auf jeden Fall eine Third Person Perspektive Die ganze Zeit bei dem Game Gibt es nichts anderes Da die Straße runter Schauen wir eher nach einer Falle zu sein Es reicht Lugo War nur ein kleiner Spaß Boss Was sind Quatsch Konzentrier dich auf die Mission So Jetzt bin ich mal gespannt Da Oh das sind noch Tiere So jetzt haben wir Pistole haben wir Und natürlich die MP4 M4 A1 Heißt sie hier genau So wir können mit A Glaube ich Deckung gehen Oh die Ops sind alle zerstört Die Straßen sind voll Die Leute sind fort Kommt Bring wir es hinter uns Ich glaube schon dass die wen gehört haben Sind sie auch Soldaten ne So halte B gedrückt Um in Bewegung zu sprinten Blöden Kräne Wie krass alles verlassen ist Wie sieht das aus Das ist nicht normal Das lesen können wir nicht Es sind echt nur drei Leute Viel zu wenig So haben wir da irgendwas Hast du dir eigentlich selbst mal zu Wenn du so ein Scheiß redest Nein Soh ich nicht Okay Mit B können wir auch Nahkampf machen Ducken mit Dem linken Stick Oh ich schau doch was Ich schau doch was Ich schau auch was Boah Hier waren noch Leute von uns Shit Was ist da wer Das ist ein Notrufsender Aber kein militärischer Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut Sind alle weg Leute Hier ist auch Blut Fliegen Die hat ein Scharfschützengewehr Das ist cool Was ist da los Oh ne Mist So könnte man das auch sagen Die Leiche sieht frisch aus Ist sie auch Einer von der 33 Shit Wer hat das getan Wahrscheinlich dieselben Die uns hinterher geistern Nein da ist wer Das war nicht die Frage Keine Sorge Ich schätze das finden wir schnell raus Da war doch irgendjemand Was arbeitet er Ich glaube wir schießen den Führer Oder auch nicht Das bringt uns einen Vorteil Nice Das war geil So weg hier Das sind das echt Für komische Leute Nice Das haben wir gut gesehen Da hinten Ist da wer Wir schießen ihn hin Das sieht man gar nicht Dass einer ist Da hinten ist jeder Darunter stand einer Unglaublich So Shit Was machen die denn da Oh mein Gott Nein Nein Ich bin tot Was ein Scheiße Was ein Schwachsinn Dass ich so früh gestorben bin Unfassbar So Überspringen wir den Scheiß mal Die Säcke Dass ich da gestorben bin Ungefasst So Was sind das echt Für komische Leute Mit der Maus Ja Ich würde natürlich gerne mal mit der Maus spielen Weil das ist natürlich einfacher Aber naja Spielen wir jetzt mal hier mit Controller Das Ziel wird natürlich ein bisschen schwerer Als jetzt mit der Maus Aber das kriegen wir doch wohl hin oder Ja da kommt die denn her Die Säcke So Was haben wir da oben Können wir da überhaupt hoch Oh mein Gott Den haben wir gut abgeschossen Da oben Nice Drüber da Durch den Bus durch So Munition haben wir voll Kontrollpunkt haben wir jetzt auch noch erreicht Sehr gut Wo ist die Granate Direkt davor War die So Angriffsbefehl Wo ist denn wer Da oben ist der Scharfschütze Da oben den Scharfschütze Nice Wow Was ist denn da passiert denn Das ist cool Dass wir auf jeden Fall nochmal Anweisungen geben können Warum der jetzt nicht gestorben Ist keine Ahnung Meine Gute Hier geht's ab Hier geht's richtig ab Naja jetzt sind die platt Meine Fresse So Waffe kaputt oder was Ich hab keinen Mut mehr Das gibt's ja gar nicht Unfassbar Keine Munition mehr Was ist denn das mit so einer Mikro ist Ah Mikro Shit Gedins Waffe Zufrieden geben So mein guter Nahkampfgetreue im Gegend Stehen wieder auf Nachdem sie drücken Und exekutieren Okay Der ist tot Ich denke wir sollen hier Menschen retten Was war denn das Jetzt haben wir merkwürdigerweise In der Sequenz wieder das M4 in der Hand Lass mal hören Lass mal hören 33.4 Alpha Patrol Werden angegriffen Ich wiederhole Sind von Rebellen und Singeln Brauchen sofort Hilfe Scheiße Martin hat's erwischt Wir brauchen Hilfe Logo Distanz Circa 100 Meter entfernt Los kommt So Patrol Die müssen wir retten Deckung Komm schon Meine Güte Wir haben so behinderte Waffen Schieß das MG ab Nice Die haben's geschafft So Zum Glück geht da Automatisch in Deckung Immer Sie bewegen sich Ich nehme natürlich gerne lieber Wie das M4 in die Hand So Da hinten sind sie doch Sind tot Okay Da kommt noch einer um die Ecke Gut Haben wir geschafft So Gibt's hier irgendwen Oder irgendwas Die haben wieder diese Mikro 9 Millimeter Diese Scheißwaffen Ist natürlich für den Nahkampf gut Aber Ansonsten richtig Scheiße Alpha Wenn ihr mich hört Wir sind unterwegs zu euch Scheiße Gott sei Dank Ich Ich glaube Martin ist tot Sind sie verletzt? Ist noch jemand bei ihnen? Wir sind zu viert Alles okay Aber uns geht die Munition aus Lang geht das nicht mehr gut Gut Haltet durch Wir sind gleich da So Dann geht's jetzt weiter Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest Die haben uns noch nie entdeckt Wir sollten scheinern vernehmen So Da sind doch welche Das sind unsere Jungs Oh Gott da hinten sind sie doch Sind sie das? Ich dachte das wäre Schwach das Ich dachte das wären welche von uns Mann 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 Komm Ich halte den noch aus Ne Wir müssen irgendwie den Da oben Guck mal da oben Da hinten die Wichser Das war heftig Komm schon Mach doch mal mit Scharfschützengewehrkollege Gut Da oben ist noch einer Den sehen wir aber leider nicht Schnell hier Deckung gehen So Den haben wir noch da Den Den haben wir Den haben wir Schnell weiter Nächster Punkt Da vorne der Sehr gut Da ist noch einer Wow Die hat mit einem Raketenwerfer uns geschossen Gibt es ja gar nicht Ist einer von uns Der da Der oben Scharfschützen Sehr gut Wo kommen die her Wo kommen die her Der da hinten Verstanden Ich leg ihn um So Jetzt gucken wir mal Sehr schön Wo sind ja noch Gegner Da hinten ist einer Ich glaube Der versteckt sich glaube ich So Sieht gut aus im Moment Da hier hoch Müssen wir hoch Wir müssen wieder hoch Wie kommen wir da hoch Komm ich Ich laufe mal da hin Ah Das war ein guter Schuss So Jetzt brauchen wir ein bisschen Munition Da kommen wir oben rein So Hat der hier ein bisschen Munition Die haben alles so Dreckige Scheiß Unnötige Mistwaffen haben die Wirklich Erbärmlich Ist noch ins Flugzeug Reine Leute Keine Mun mehr Ich hab keine Mun mehr Mann ey So Laden wir mal nach Oh oh Die sind da drin Leute Die sind da drin Deswegen machen wir hier Einen Break Und sehen uns in der nächsten Folge von Spec Ops The Line Die sind da drin Sie Untertitelung des ZDF, 2020